hmmm, ne, ich helfe ihm da unten. So. Es liegt mir fern, einen Künstler in Not zu ignorieren. Wir sind fast da. Die beiden werden davon noch Ärger machen. Beinahe geschafft. Wo gehst du hin? Ich will aufspielen. Achtung. Vorsicht. Hier kommen noch mehr. Noch eine Bande Halunken. Top Anti-Revolutionär Aktion. Haben wir gleich. Oh, war knapp. Wasser knapp. Defektiv knapp. Mal mit schnell ausplündern. Vielleicht gibst du Medizinflaschen noch wieder kostenlos. Bam, 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 bam. Den Händler abdecken. Fährt er hier rein? Und er will hier halten? Okay. Vielen Dank, mein Freund. Ich wünschte, ich könnte euch angemessen entlohnen. Nicht nötig. Diese Ablenkung ist schon mehr als genug. Ja. Was war das? Ach, nichts. Okay. Okay. Ich kann nicht zwischenziehen. Sieh deinen Kopf doch nicht immer weg. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Jehh. Was ist das so zu warten, ich helfe, ich hätte ihm gesagt, Daniela, aber für ein Neufrag. Alle Männer hier haben dasselbe getan. Er kommt mit dem Stirn. Oh mein Gott. Alter. Feierabend hier, ey. Du hast mal einen freien Eingang. Warum so schüchtern? Ich will dich nur verprügeln. Ach, Zeug hier. Der Mensch ist da. Oh, Gott! Oh, Gott! Ich will dich nur verprügeln. Na komm. Tschüss. Die haben wir schon mal aus dem Spiel. So, jetzt gucke ich mal, ob ich noch mal Medizinflaschen finde. Ähm. Jetzt kurz schauen wir mit denen hier. Befreien, Schloss knacken oder Schlüssel stehlen. Okay. Warten wir mal auch noch befreien. Warte mal, wir gehen mal ab Dach. Ab nach oben. Kamelle. so ich muss deswegen muss ich mir ab und zu mal muten dass man nicht immer so kacke quietscht kommt er kommt er kommt er kommt er wer steht denn hier so rum der kommt verlassen 2 shit wie viele sind hier nur einer ok dann gehst du zurück und freund schreit doch nicht so rum kein alarm und thomas ok tschüss 1 2 ich weiß ok er ist weg 1 2 auch erledigt da ist die nächste glocke ok frage 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 überfragen lauf du mal schön da weiter da gibt es nichts mehr zu sehen für dich stop was zum teufel du bist das witz warum schießt du denn hier bekloppt rum hätte jeder hören können an 2 2 2 2 2 und